Sie planen nach den ersten Erfahrungen in Ihrem Job den nächsten Karriereschritt? Oder Sie haben bereits ein Bachelorstudium und ein Jahr Berufserfahrung? Oder Sie wollen Ihre digitalen Kompetenzen erweitern? Oder die Leitung des nächsten digitalen Projektes übernehmen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir bereiten Sie optimal auf die digitale Zukunft vor. Der duale Master Digitale Transformationen der Berlin Professional School, der HBR, dauert zwei Jahre. Wir haben inklusive die Masterprüfung im vierten Semester. Wir haben drei Spezialisierungen, und zwar KI und Robotik, Data Science und Cyber Security. Alle drei mit spannenden Projekten, wo Sie Ihr Wissen und Erkenntnisse und auch die Theorie direkt anwenden. Wir bieten Ihnen innovative Lernformate an, in denen Sie Ihr Technologie- und Managementwissen direkt anwenden können. In Reallaboren können Sie datengetriebene Prototypen entwickeln. Sie können mit Robotern experimentieren oder die Abwehr von Cyberattacken simulieren. Nationale und internationale Forschungs- und Lehrkooperationen unterstützen Sie dabei. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Ich bin Claudia Lemke, Professorin für Wirtschaftsinformatik und eine der beiden Studiengangsleiterinnen. Und ich bin Dagmar Monett, Professorin für Informatik, auch Studiengangsleiterin. Wenn Sie noch Fragen haben, dann kommen Sie zu unseren Online-Info-Sessions. Alle weiteren Informationen finden Sie unter berlinprofessionalschool.de Danke. Vielen Dank.